Hallo die Damen und Herren, es kann doch wirklich nicht sein, dass es in unserem Beruf oft nur um das Abarbeiten von Problemen geht, anstatt etwas voranzubringen. Begeben wir uns auf das Druckerschlachtfeld in den Unternehmen, wo der unerbittliche Kampf gegen den Zeit- und Kostenfaktor noch lange nicht vorbei zu sein scheint. Wer in seiner Firma der Druckerverantwortliche ist, kennt das. Man muss auf unglaublich viele Dinge achten. Vom Papierstau über Fehlermeldungen bis zur Tonerbestellung ist alles dabei. Die Zahlen sollen natürlich auch stimmen und dein Zeitmanagement kannst du an den Nagel hängen. Also mach jetzt Schluss damit und grab die Friedenspfeife aus. Ich werde dir ab sofort diese Arbeit abnehmen. Wie das aussieht, zeig ich dir jetzt. Und da sind wir auch schon mittendrin in meiner Kommandozentrale, dem Dashboard. Ich hab mich ganz bewusst von dem Windows 98 Style distanziert. Das Auge ist dir schließlich mit. Erster wichtiger Punkt, ich arbeite mit allen Druckerherstellern. Alle Drucker finde ich automatisch in deinem Netzwerk. Alle Meldungen und Druckerinfos präsentiere ich fein säuberlich und Fehlercodes übersetze ich direkt in verständliche Wörter. Wenn du möchtest, kann ich dich von den wichtigen Druckern per E-Mail über ihren Status informieren. So bist du immer auf dem aktuellsten Stand und kannst die Arbeitsprozesse in deinem Unternehmen am Laufen halten. Probleme erkenne ich sozusagen, bevor sie entstehen. Ich rufe dir automatisch einen Techniker oder bestelle dir neuen Toner, wenn die Füllstände niedrig sind. Zusammen mit meinem Kooperationspartner kannst du hier richtig Kohle sparen. Einer meiner Stärken ist, alle Drucker deiner Unternehmensstandorte zu erfassen und dir Listen nach deinen Vorgaben zusammenzustellen. Für die Strategen und Zahlenjongleure unter euch errechne ich natürlich auch Statistiken über eure Druckerlandschaft. Und weil du mich jederzeit über den Browser erreichst, kannst du 24-7 deine Druckerlandschaft von überall kontrollieren und Statistiken abrufen. Wenn du dich jetzt auf meiner Seite tc-karl.net registrierst, kannst du direkt loslegen. Soweit ein kleiner Rundumschlag meiner Stärken. Wenn dir das Video gefällt, dann Daumen hoch, bei Fragen und Anregungen einfach ein Kommentar da lassen. In diesem Sinne, mach's gut und vor allem mit Karl. In diesem Sinne, mach's gut und vor allem mit Karl. In diesem Sinne, mach's gut und vor allem mit Karl.